Was? Was? Spiegel den Ping-Pong spiegel ich da! Oh meinst du! Firm aus Speer! Machen wir ganz gesucht, machen wir das! So! Und hier! Und hier! Und die schicken wir auch ins Feuer, würde ich sagen! Und hier! Was? Was will ihr in uns aufzahlen? Zeit, Alter! Zwar, zweck mit der scheiß Rüstung. Na ja, weil wir nutzen natürlich ordentlich aus. Ob ich mich umsetzt davon zu werden. Alter, jetzt! Krieg doch mal von der scheiß Wand weg! Was fällt dir ein uns aufzuhalten? Super. Scheiße. Ist noch Motion aufgehalten. Oh shit, Alter. Dann für einen Cap. Keine Ahnung. Was fällt dir ein uns aufzuhalten? So. Oh shit, Alter. Ich werde ein Fikanischen nehmen. Okay. Ich magas hier. das ist so ruhig hier da wahrscheinlich damals nicht klar war okay jetzt noch so gehen fliegen sonst hätte ich mich ja fast erwischt ach so ich hab ja letztens in dem film die legende der wächter kommt auch so richtig geilsatz drin vor es ist ein millionen da ist millionen dollar direkt voraus dem projekt und dann ist alle mehr von der reise zurückkommen wo er bei den reinen war und die küken zurückgeholt hat dann wurde gefragt wie viele sind es sei krasseste antwort die ich gehört habe es könnten aber auch ein paar mehr sein wow wahnsinn aber das ist das leben alter ohne witz versuchen verschiedene angriffe zu verketten das erhöht dann deine multiplikatoren eine kanzeltrüstung schützt deine gesundheit vor schäden die reinen sind zwar geschwächt aber elomir wird sich ganz bestimmt nicht friedlich ergeben halte ihn auf bevor noch mehr unschuldige sterben ich muss irgendwie die öfen zerstören hier müssen irgendwo heiße kohlen sein das weiß er natürlich weil er schon mal da war oh wie auf bestellung jetzt muss man ein bisschen energy hier aneignen funktioniert natürlich nicht wenn ich das angriffen werde ich erreiche nichts wenn ich die felsen ausschalte immer auf mich bepisst euch ich wünsche einer ich bin dabei ja wissen wir oh guck mal da oben sind alle zu kohlen wie kommt denn das jetzt da hin kaputt kaputt ich brenne ich brenne und werde noch mehr brennen ähm gibt das jemand hallo muss ja wohl halt genug sein so jetzt halt er nicht ähm da ich muss meine würfe besser planen ich muss meine würfe besser planen so ja 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 dem stört meine würfe verpiss dich ich muss meine würfe besser planen verpisst euch jetzt mal schon mal peinlich ey und sowas sollen elite und hetzenkollen sein wenn jemand mich aufhalten ey und anfänglichen wächter ja und vielleicht Nein! Hält euch doch gar nicht auf. So, was haben wir denn hier? Noch irgendwas? BAMS! Da müssen auch noch irgendwelche sein. Das heißt Nira, nicht Naira. Der letzte. Das reicht nicht. Ist das? Ja. Ich! Du! Alamea! Du kommst hier nicht weg! Die Schmiede stürzt ein! Ich muss hier raus! Immer Alamea, ja! So ein bisschen jetzt hier... Spider-Man-Studio, wie den... runterfliegen und Sachen ausweichen, sowas. Ach so! Was war das denn jetzt? Ähm, wir können ja... schon ein bisschen vorschwecken, sozusagen. Den wir... Ah, warte! Ähm... Mit Holzkohle nach ihm werfen. Aber für wollten wir jetzt mal Holzkohle. So, jetzt können sie mich schon mal zerstören. Das ist ganz praktisch. ... Iiiiuiuiuiuiuiuiui! So, fliege ich jetzt nach unten, fliege ich nach oben, fliege ich zur Seite, fliege ich gerade aus? Das ist dein Plan. Das ist dein Ding, ich habe mich gebraucht. Das sieht schon geil aus hier, als Rutterfeld, ey. Ja, das heißt, es ist gut aussehen. Du kommst hier nicht weg. Tu ich aber. Genau jetzt, du Pussy. Ja, du schweine Küster. Ich wage es, dich anzufassen. Unverschämt, deine Mutter ist zum Kacken verurteilt worden. Ja, du schweine Küster.